Hallo liebe Kunstfreunde, lasst uns heute gemeinsam einen Tukan zeichnen. Auf geht's! Nehmt euch ein Blatt Papier und ein paar Stifte zur Hand und schon kann es losgehen. Ich beginne mit einem dünnen schwarzen Filzstift in der oberen Hälfte des Blattes und zeichne dort erstmal einen großen Bogen für die obere Seite des Schnabelzinn. Dann zeichne ich an die linke Seite einmal eine gewählte Linie nach unten. Um den Schnabel zu vervollständigen, zeichnen wir an der unteren Seite entlang eine leicht gewählte Linie bis nach vorne, um so den Schnabel an der vorderen Seite mit einer leicht stumpfen Spitze abzurunden. Der Schnabel sollte dabei ganz leicht gebogen sein. Von der abgerundeten Spitze aus zeichnet ihr dann an der unteren Seite entlang nochmal einen Bogen zurück, um den Schnabel zu zerteilen. An den vorderen Teil könnt ihr jetzt nochmal eine gewählte Linie ergänzen. Somit wäre der Schnabel erstmal fertig. Dann geht es an der linken Seite weiter mit dem Kopf. Zeichnet hierfür erstmal einen leicht schrägen Bogen direkt an die Seite des Schnabels. Von dort aus zeichne ich dann noch einen etwas längeren Bogen nach unten für den Flügel. Geht von hier aus im Anschluss in einem leichten Bogen wieder zurück, um den Flügel noch zu vervollständigen. Nach oben hin könnt ihr diesen noch mit einem kleinen Bogen verlängern. Direkt daran zeichne ich jetzt noch einen großen Kreis, der bis zu dem Schnabel reicht, um so noch das Auge zu gestalten. Falls hinter dem Auge noch eine kleine Lücke ist, könnt ihr diese ganz einfach noch vervollständigen. Für die Pupille zeichne ich in den unteren Teil nochmal einen kleineren Kreis in das Auge hinein. An die Seite könnt ihr jetzt noch einen kleinen Kreis ergänzen, um so die Lichtreflexion zu zeichnen. Geht nun an das rechte untere Ende des Schnabels und zeichnet hier erstmal einen kleinen Bogen dran. Daran ergänze ich dann nochmal einen weiteren, etwas längeren Bogen nach unten. Diesen verlängern wir jetzt noch ein Stück nach oben, ungefähr bis auf halbe Höhe des Flügels. Geht nun wieder an das untere Ende davon und zeichnet hier nochmal einen etwas längeren Bogen nach hinten. Daran zeichnen wir jetzt noch die hinteren Federn, indem wir vom Flügel aus erstmal einen schrägen Strich nach außen hin zeichnen. Geht dann in einem leichten Bogen wieder zurück und ergänzt dann daran noch einen kleinen Bogen bis zur unteren Seite des Bauches. Jetzt haben wir es fast geschafft. An der unteren Seite fehlen jetzt nur noch die Füße. Zeichnet hierfür erstmal einen Bogen nach unten. Dann ergänzt ihr zur linken Seite auch nochmal einen weiteren Bogen nach unten. Am unteren Ende ergänzen wir das Ganze dann ganz einfach mit einem länglichen Bogen. Und an den vorderen Teil zeichnen wir jetzt nochmal eine kleine Spitze dran, um den Fuß so zu vervollständigen. Weiter geht es etwas weiter vorne mit dem zweiten Fuß. Hierfür zeichne ich ganz einfach erstmal zwei kleine Spitzen direkt nebeneinander. Und? Seid ihr jetzt auch schon so weit wie ich? Dann können wir den Tukan jetzt ausmalen. Ihr könnt dafür natürlich die Stifte verwenden, die ihr bereits zu Hause habt. Wenn ihr hier noch die Stifte nehmen wollt, die ich in diesem Video verwende, findet ihr den Link dazu unten in der Videobeschreibung. Also, auf die Stifte, fertig, los! So, und das war's auch schon. Mein Tukan ist jetzt fertig ausgemalt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachzeichnen und bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!